Ich bin genug, ich kann immer in Rüstung droppen. Wenn man das nicht spielt, dann denkt man einfach nicht dran. Die Frost hat sich nämlich schon verpisst. Ich auch. Surprise! Haben halt nur die coolen Leute was. Haben sie schon den Bereich entdeckt? Ja. Okay. I-I-I-N. I-I-I-I-I-O. Into the pits, we must do it. Kannst du von unten reinforcen, Cooper? Okay. Hier könnten wir auch noch ein Reinforcement gebrauchen. Mach den Scheiss da zu! Ich wollte gerade sagen, wäre nützlich, wenn die Tür da vorne noch mal zugemacht wird, weil der kommt die gleich rein. Ja, die Frost hat sich da auch als letztes verpisst. Stell doch mal das Wichsschild dahin, du Schwo. Da ist die Rüstung. Meine Güte. Die T-Gerät, die war doch leer. Ich wollte es gerade kaputt machen, wenn du Rook selbst kriegst den Minuspunkt. Du kriegst immer Minuspunkte als andere, selbst wenn sie leer ist. Ja, das ist das Blöde dran. Das was sie nicht. Weil ich hab die Malzern, hab ich die das eine Malzern kaputt gemacht, okay. Okay. Okay, hier ballern sie durch die offene Wand. Türe offen. Ash hat vorne das Fenster verhängt, vermutlich am Fenster. Ja, hier haben sie auch schon durchgeballert. Boah. Blackbeard, ne? Blackbeard hängt Kopf über am Fenster draus. Wer ist mal überrascht? Wie ich jetzt mal Hanke gelesen hab. Ja, Hanke. Hallo. Ach, Mann ey. Von draußen Sledge hat viertel Leben abgezogen bekommen. Steht direkt davor. Guckt auch keiner Kameras. Was hockt der da in der Valkyrie Cam, der Lutscher? Ich guck heute Kameras, wenn ich im Raum bin. Okay. Da sind, äh, Buck und Blackbeard sind die markierten. Und da hinten ist noch, äh, Sledge. Ja, wird, der countert die gerade weg. Weckerei Slayerkupper. Okay. Blackbeard ist da immer noch an dem Fenster, Daniel. Vorsicht, nicht zeigen. Der guckt auf deine Tür da. Ist da immer nach draußen. Ja, der hat auch schon eine Granate zu mir geschmissen gehabt. Hä? Der hat keine Frack. Das war ja der Buck dann. Ja, irgendeiner halt auf jeden Fall. Ich war schon einmal up down. Ähm. Cooper? Ja. Geh mal ganz ins oberste Stockwerk da, ins Geländer. Weißt du? Da, wo man von oben runter gucken kann. Da, wo das große Fenster ist. Ich glaub, das hat der aber auch schon vor. Der ist auch schon oben. Da ist keiner oben. Doch, der... Da ist einer auf dem Dach. Ah, warte. Da ist einer auf dem Dach. Vorsicht. Da ist einer auf dem Dach, Cooper. Okay. Kann sein... Geh mal... Ja, da ist der... Da sucht grad die Cam. Er findet sie nicht. Da ist der Bug, Daniel. Den kannst du holen! Push mal vor! Push mal vor! Ah, jetzt... Oh, ich hab seinen ganzen Körper durch sie. Wie viel frisst der Wichser? Einer ist oben. Einer ist oben. Einer ist oben. Ja. Einer ist oben. Einer ist oben. Und er geht sogar wieder runter. Was für ein Idiot. Einer ist da verbleiben. Ja, Blackbeard hat ein Viertel eben. Blackbeard ist oben. Blackbeard hat ein Viertel eben. Wobei, ich sollte mich vielleicht lieber hinlegen. Kommt durch Windforce mit nicht. Ja, aber ich... Der kann halt auch noch von der anderen Seite kommen. Durch das Thermite Loch. Ich schau durch, wenn er jemand... Dani, ich schau durch. Ich schau mit der Cam, wenn er durchs Thermite Loch kommt. Da ist... Blackbeard ist jetzt da oben. Ich markier ihm den. Dani kämpft da. Der ist bei dem Typen, Dani. Der Blackbeard ist bei dem Typen. Der weiß aber, dass er da ist. Ich guck, ich guck, nicht guck, nicht guck. Oh, Mann. Das war dumm. Warum guckt der da? Guck die Tür. Daniel, schau die Tür. Ich schau durch das Thermite Loch. Er ist weggelaufen. Die Tür, Daniel. Komm, rechts die Tür. Da wo du guckst. Die Tür, wo auch der Blackbeard... Wo du gerade drauf guckst. Da wo du guckst. Nee, jetzt ist er da. Er ist da. Nee, leg dich hin. Der hat ein Schild. Er muss dich suchen. Schieß auf... Nicht auf Kopfhöhe. Schieß auf... Tiefer. Na, er hat sich hingelegt. Fuck. Ist doch egal, er muss kommen. Guck so ein bisschen um die Couch rum, dass du ihn vielleicht siehst. Zehn Sekunden übrig. Nein, nein, nein. Aber du musst ja gucken. Er wird neben Behälter links kommen, denk ich mal. Ich kann jetzt zumindest nicht mit dem Raum wechseln. Von außen. Kann man ihn noch irgendwie sehen? Im Raum der Valkyrie Cam wäre geil, ey. Hm. Da ist eine. Okay. Wir markieren die ganze Zeit mit... Markieren mal nicht. Nicht, dass er die Kamera dann noch sucht. Er hat dich... Er hat dich schon gesehen, wenn dann. Aber erstmal nicht markieren. Erstmal ist die Position geheilt. Er kommt vor. Ah. Er läuft gerade. Er läuft nach rechts. Ah, fuck! Jetzt haben wir keine Markierung mehr. Aber er steht jetzt. Ja. Er hockt, sagen wir so. Das ist von mir so spannend. Ist immer noch da. Ah, er sieht dich da oben durch! Ihr habt zu spät gesehen. Ich wollte gerade sagen, wetten, er schaut da oben durch. Ja, das habe ich dann auch noch so gesehen, als er am Schluss kam. Das war aber dumm von der Frost, ey. Oh! Wenn die Frost noch nicht waren oben, ja. Und dann... Weißt du, killt mich, killt der Wichser mich aber weg. Er hat nur ein Fiddler-Efte. Die Frost hat ihn so easy kriegen können. Stattdessen geht ihr aber weg. Und geht nach unten. Gibt einen Fake drauf. Ja, ich will Schaus oder wo. Nenigster Anna hat hier... Die... Die kanadische Ausnahme. Möglich oder auch spielt einfach gerne die Operatoren, weil... Ne, oh. Oh, Berni ist nur online. Schön für ihn. Ah, gleicher Raum. Ich bin aber nicht mitmachen, weil dann hier und mittendrin dann wieder ab und dann steht da. Er hat genug Zweifel und zu mir. Ach, jetzt ist es gut. Ich meine nur, falls ich nicht so... Ne, aber... Und das Thema ist ja noch mal hier anfangen. Ich meine auch nur... ...und das ist... ...und das ist... ...und das ist... Dann lache ich mich tot übrigens, wenn er das jetzt... ...kriegert weg. Und irgendeine Bitch auch schon um. Da kann ich das schon um. Hallo. Die Vickery ist ja so scheiße, die Drohner-Abschüsse, ne. Der Kap ging genauso, oh, scheiße. Nächstes Mal der Vickery, der in den Kopf springen guckt, dann gibt's ein Headshot. Ja, Schien hat so Koparius und so Drone-Symbol-Headshot. Ja, auf jeden Fall. Da wird der Typ jetzt mal ein Spiel installieren, ne. Wir sollten aufpassen, dass die nicht da rausspringen, wie die bekloppten. Werden sie. Ich fahr mal mit meiner Fitch Drohne voll. Da ist Cap'kin drin. Andere Seite. Okay, du kannst es ja sehen, ne, mit deinem Gerät. Ah, ich krieg den aber nicht kaputt. Mach was mit deiner Pistol. Kannst du's genau sehen. Na, ich hab eine der Elektro-Teile vorne weggekriegt. Also du könntest du richtig deine Firma dransetzen an eine der beiden. Elektro-Teile, okay. Also die Batterie quasi vom Bandit. Habt ihr gesehen, was der geschrieben hatte? Da ist einer den Gang durch. Cap'kin, am Ende das Gang. Gerade zu. Cap'kin, ich hab ihn markiert, Jungs. Ah. Am Ende des Ganges. Er schießt jetzt von oben auf ihn. Ich geh mit Sub. Na, da ganz oben muss aber auch noch weg, irgendwie. Was meinst du, Koba, sag ich mal schon mal eine Sprengladung? Wollt ihr ans Fenster schon, das ist die Kinder gesucht. So. Achtung, 3, 2, 1. Ja, jetzt fick' ihn. Da musst du ihn nicht hinlegen, denn er hat sich da hinten hingelegt. Jetzt siehst du, Ease. Ich mach' den. Ich mach' den. Ich mach' den. Ja. Auf jeden Fall hier kannst du... Hinter dem Behälter stand einer. Wer ist verletzt? Scheiße. Kannst du auch nicht reingehen? Achtung. Frage bei Antwort. Ja. Scheiße. Wie war das? Okay, da ist ja kein Counter-Maker eigentlich, ne? So, die Kamera ist auch down. Was? Fettes? Ah, von wo? Ah, von oben! Von oben! Ah, fuck! Luke ist oben. Da liegt einer, Cooper! Da! Luke ist oben. An dem Geländer oben. Der er guckt da noch runter. Der hat meine Extra-Termal zerstört. Der kämpft grad mit ihm. Und so random kämpft mit ihm. Ja. Schnell, der könnte kommen. Mach, mach, mach! Das ist immer noch in dem Gang mit der Terrasse, quasi. Sag ich jetzt immer. Da hinten, hier. Ist der abgehauen da? Ich weiß es nicht. Aber der Buck hat ihn schon angeschossen. Na, dann geh ich mal, wenn der Buck sich um ihn kümmert. Wo ist der Carsten? Der müsste ja im Raum sein, ne? Soll ich die mal spotten, Cooper? Ja, such den mal. Such den mal zu spotten. Nein! Da, 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 da! Da ist Luke! Ja, leider zu spät. Ja. Ich hab ihn jetzt auch grade gemessen. Achtung, Captain, Captain. Ja. Gott, verdammt, ne? Komm, du willst mich auch noch. Wahrscheinlich läuft der Zug. Dann hol der Buck ihn. Da kommt auch! Oh, wo ich grade draufschlagen bin, ne? Das war wieder so ein Timing. Wo ich grade den Fuck wieder wegmachen wollte. Wo ich grad die Tür wegmachen wollte. Ja, genau! Ja, genau! Sonst, Sonst, Sonst erwarten, ne? Der Tag der gegen Wochen hat, ey. Der Tag der gegen Wochen hat, ey. Da, what the fuck. Nice Wallhack. Wolltest du nichts von dem jetzt, oder wie? Wolltest du nichts von dem? Näh. Doch. Aris. Wir spielen ja nicht verkehrt, ne, aber... Dagegen Eggermaster halt nix mehr. Wallhack machst du nix mehr. Das stimmt. Oh Gott. Der hat ja nun wirklich überhaupt kein Geräusch gemacht, der Buck. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Wische. Ja. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter organisiert. Reenforst du von oben im Kühlraum, Cooper? Ähm, kann ich machen. Ich mute den Kühlraum, dann kann da keiner durchkommen. Müssen wir da nicht drauf achten. Die Tür sind da bereit. Zehn Sekunden. Kameraübertragung läuft. Noch fünf Sekunden. Ich guck Haupttür hier. Ja. Ja. Oder bist du hier, Sir? Ja. Hm, wo geh ich hin hin? Äh... Nein, ich kann ja wieder hier noch... Ich hab ja letztes Mal ihn weggenommen. Hast du schon noch? Stimmt eigentlich. Ich guck mal hier, Daniel, okay? Mhm. Okay, der bleibt jetzt nur auf. Full Defense. Boah, was will der denn jetzt hier, Alter? Hast du von oben im Kühlraum Reinforce, Cooper? Jo. Mal ein Loch durchschießen, ja. Mal den mute wegnehmen. Ja. Kann ich nur mal hier den Arsch decken. Ich hab mal alle Camps noch eingerichtet. Naja, ich wollt Camps gucken, scheiße. Hm, lass zu spät die aus Camps noch weg. Naja, ich kann ja noch die in Camps noch weg. Okay, einer ist ja schon mal... Er hat schon mal durch das Loch geschossen, was ich hier auch gemacht hab. Irgendwo auf ist, sag mal Bescheid. Ich glaub vor der Haupttür höre Schwäche. Liegt da einer diagonal zum Loch? Oder gerade zum Loch hin? Ja, vor der Haupttür haben's einen mute weggeschossen. Da war eine Drohne. Ja. Und vor der Haupttür ist der Mute weg. Mal den weg. Alter. Ich seh halt nicht genau durch. Ich seh halt eher so schräg quasi an die Wand. Naja. Besser als nichts. Ich sehe noch keiner auf den Camps, ey. Da ist einer. Ash, Ash ist da im Vorraum. Im Flur, im Langgang. Fuck, das tut sehr gut. Hier wird geschehen. Ash ist da im Langgang, sub. Ja, die schießen durch das Loch da auf mein Schild. Oh oh, Granate! Das war super, also der hier sein Exit-Time-Spring-Land-Rue geblockt und dann... Ich zeige mich da jetzt nicht mehr, ansonsten kriege ich den Herr da ein. Ja, ich riskiere es noch an dem anderen Loch, was ich gemacht habe. Ah, Mann! What the fuck, Alter! Ich war beim Sledge wieder drauf! Was geht mit dem Jungen? Jawohl, Heck. Was geht mit dem, Alter? Der drückt mir instant einen Headshot! Der Sledge lebt immer noch, der ist genau da. Ach, jetzt müssen wir auch den Headshot gegeben, ey. Danke, sub, ey. Danke, wirklich. Wo ist der? Dann, nimm die Pistole, nimm die Pistole von hinten. Boah, ey, danke, sub, ey. Ich guck jetzt, wo der andere ist. Ich hab aber auch drei Versuche gebraucht, ey. Alter, das war ein bisschen lucky, ey. Ja, guck, einmal, weißt du? Und schon hast du den Headshot, ey. Einmal, der wusste gar nicht, wo ich liege. Die Hure, ey. Die Dings, der Ash hat voll ver-aimt, weißt du? Ich hatte mir in eine Ecke versteckt, die ist mega geil, die erwartet niemand. Und dann Ash geht so zurück und ich ver-aimt und sie ver-aimt noch her. Okay, kriege ich nicht kaputt. Naja, was soll's. Also du weißt nicht, wo er ist? Ja. Du musst noch mal mehr Camps außerhalb des Raumes packen. So in den Flur oder so, wär noch ne Camp da. Ja, eine Flur, eine Flur-Camp hab ich da. Kannst du die Campen schauen? Die ist tot. Am besten zu beiden Seiten eine Camp eigentlich. Oder halt so allen möglichen Gängen. Zwei im Raum oder so und dann zwei außerhalb oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich glaub, mein Name ist auch nicht mehr so wirklich. Ich glaub, ich bin wieder noch ein bisschen mehr drin. Bei mir läuft's irgendwie auch gerade. Ich hör seinen Punkt bekommen, das heißt, der ist gerade Drohne gefahren. Haupttürtür, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub, Haupttür. Die ist auf. Ja. Wo, wo? Nee, der ist hinten gestritten. Nee, in dem Raum, da wo, da wo ich draufgeguckt hab, das hab, wo den ist. Bäckerei in dem Raum? Ja. Ja, da vorne quasi. Ja, da vorne. Ja, da ist er. Ich seh' leider nicht. Gott, Vorsicht. Ja, ist klar. Ja, das ist Blackbeard. Das ist auch der Wallhacker. Genau. Das ist auch der Wallhacker. Der ist drin, Cooper. Von der Bäckerei ist da reingegangen. Da ist er. Ich markiere ihn dir. Da. Da läuft er rum. Da, kommt jetzt langsam's ab. Jetzt dreht es dich wahrscheinlich gleich wieder instant. Ja, guck mal, nein, wie er sich instant zu Copa gedreht hat. Wie er sich instant zu Copa gedreht hat. Gut, diesmal für die Kamera, aber... Holy mo, weiter. Ja, das Gewehrschluss hat ein bisschen abgefangen, deswegen brauchte ich mehr Schüsse. Oh gut, dass ich den Blackbeard-Schuss überlebt hab. Ein hoher Fug und sein Rost. Yay. Ich muss nur sagen, ich mag die Farmers von der Twitch. Die hat echt ne schöne Feuerrate. Die ist eine... Die ist eine Twitch magst du auch. Wenn die Throne nicht mehr so sinnlos wär. Ja, wenn die Throne noch ein bisschen geiler wär, dann wär's halt echt ne gute Klasse. Die Throne ist halt so mega... Aber die Farmers ist echt die beste... Best-Schumgewelle. Im Game. Ich find die Auge auch noch richtig... Okay, äh, wohl Zugraum. Ich find die von der Esch auch nice. Zumindest kamst du da in der Ausgleichung. Die Küche ist leer. Das ist echt auch ne geile. Ah, Zugraum nochmal gucken. Ah, machen sie auch Barrikaden. Ja. Und gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, kannst ruhig muten. Boah, lol. Der Radius ist mittlerweile so hässlich. Ähm, denkst du, ich hatte so Mythbusters geguckt. Du kannst nicht mehr über Mutes springen. Weil der Radius jetzt gehotfixed wurde. Das ist ja wirklich schlimm. Boah, der Radius ist ja jetzt mega hässlich dann, ey. So, Mythbusters ist ja echt richtig gut. Mythbusters ist ja so hart gebraucht. So, aber muss ich erstmal wie an den Fenster hängen? Kannst du nicht? Ich dachte, vielleicht kann man auch wieder von dem Nebenten Fenster mal gehen. Okay, dann guck nicht, dass mir nur noch keiner kommt. Ja, da wird bestimmt irgendeiner sein Glück versuchen. Hatten wir aber lange nicht, dass da... Nein, erstmal ist da keiner. Geh mal da oben ans Fenster, mach mal auf und guck mal, was dann passiert da unten. Valkyrie ist im Raum. Direkt im Raum ist Valkyrie. Sieht nicht so aus, als hätten die Capcan low. Achso, ich lauf, äh, nicht durch, so. Ich geh mal sahseitig vorbei. Komm, zeig dich noch mal, Baby. Capcan low. Angeschossen zumindest. Ah, war das Tashanka oder ist Capcan auch im Raum? Ich hab die grad kurz gesehen. Ich bin zu spät, ich hab ihn angeschossen. Soll ich auch vermeiden? Glaubst du, ich kann da durchspielen, um zu sterben, oder? Hier bei meinem Fenster, jetzt wo ich reinguck? Schwer. Da hat das auch Strom an der Wand. So, der Strom am Schild, äh, hab ich schon mal weggemacht. So, der macht kein Fetscher. Richtung Kamin. Und da guckt auch ab und zu mal hier noch aus. So, doch rein springen und dann da aufmachen. Das wär zu gefährlich. Siehst du da irgendwas? Äh, da ist auf jeden Fall Capcan, der durch den... ...fucking Kamin hier auf mich schießt. Hier ist, Sab, du hast, glaube ich, hier mehr Schau. Ich spring hier eine Wand auf gegenüber. Schimmelblutlache. Guck mal, eben, da unten an der Gage, denn das war nicht auf, das war nicht auf, das ist doch... ...dings, drüber, Irene Forst. Ich schau mal wegen Druck, ich guck mal mit der Drohne. Da fahr mal am besten mit der Drohne da rein, stimmt in den Raum, ja auch in den Nebenraum. Wo ich dran hänge. Das ist mal gucken, ob hier unten einer ist, das ist keiner sein, das ist jetzt gerade nichts. Tja, von oben kommen wir mal zurück. Also, wenn ich in den Raum reinfahre, in dem Raum hier, direkt hinten im Eck, also direkt am Fenster, hier ungefähr, glaube ich. Oh, ja, das... Irgendeiner mit einer Schott. Ich höre da links auch C4, ja, ich höre da auch C4. Ich glaube, es war Smoke, glaube ich. Okay. Da in der Ecke. Oder Kamin ist doch da, ja, dann ist es da im Eck. Na, dann ist es da im Eck. Wo? Da jetzt? Also auf jeden Fall gegenüber vom Kamin, direkt hier im Eck quasi. Da sind so Kisten oder sowas, da hat er sich draufgelegt. Da sehe ich den nicht, ey. Das aber auch C4, das ist so shit. Okay, Smoke ist tot. Ne, Mood, ist Mood oder Smoke tot? Warte, ich fand meine Drohste. Der Unbekannte sind im Raum. Naja, der ist da nicht mehr, Daniel. Also einer lag... Ah, der ist durch den Weinkeller, äh, durch den Lagerraumkeller runter. Capkin liegt da drin. Da liegt Capkin drin. Der guckt auf uns, Daniel. Warte, der guckt auf uns. Er liegt da drin im Zug. Ich versuche mal, ich versuche mal reinzukommen, und ob ich überlebe. Habe überlebt. Habe Capkin weggenommen. Einer, ich glaube, der andere lag hinten im Eck. Aber von vorne vom Haupteingang. Rook steht draußen auf dem Gang. Habe ich schon gedrückt. Rook treffert live. Links, Koba, links, da ist er. Oh, what the fuck. Hä, what the... Alter! Und wo? Rook ist jetzt in dem Nebenraum. Oh, da ist eh einer, ist oben im Zug. Ja, und Rook ist im Nebenraum. Rechts, Mario. Nein, nein, direkt rechts. Da ist er doch, da ist der Jung. Da, Rook, rechts, nachladen. Ich habe ihn verletzt, glaube ich. Ich muss ihn nachladen. Ich muss ihn nachladen, ging nicht anders. Gott sei Dank, ey. Meine Güte. Ja, lass mal die Nade werfen. Wenn die Nade wirft, stirbt normalerweise, ne? Eigentlich ja. Oho, das gibt ein Kaka. Kann noch ein Kaka sein, ne? Finde ich gut. Ja, Jung, kannst du auch Thatcher nehmen, oder? Den Bio-Gefahrgut behälter. Und Thatcher auf jeden Fall, entweder Daniel oder Jung könnte Thatcher nehmen. Äh, ich bin nicht Thatcher, noch nie Thatcher gespielt. Ja, kann ich dann gleich machen, ja. Ja, nur weil du noch nie gespielt hast, das ist nicht das so. Doch, genau das heißt das. Ich dachte, ich wäre der Bauer, ja. Der Bauer? Nee, das ist Prinzipien. Aber nee, das ist, das ist, das kann ich gleich nehmen, kein Problem. Ich meine, in drei festen Klassen. Ja, wie dort zu kommen. Ja. Ist gut, dass ich das nicht schon vor drei Minuten... Ja, vor zwei Sekunden zu... Ja, noch fünf Sekunden. Ja, wieder zu kommen. Okay, zu kommen, Jungs. Oh, jetzt bin ich alle da nicht. Zu kommen. Bäckerei, Bäckerei. Ganz klar Bäckerei. Ich hab gedacht, Benny spielt nicht mehr. Na, Kollegen? Hallo. Gehen wir zu Hause? Nein? Oh, dann musst du entfernen diese Pistole-Camp-Kilze, ey. Das macht mich echt egal. Wie ist es jetzt? Das Captain... Oh, oben ist aufgeschossen. Oben ist aufgeschossen, oben wurde aufgeschlagen, meine ich. Valkyrie ist im kleinen Vorraum. Hier oben, oben ist hier ein Bob. Oh, hier war kaputt. Was soll ich da jetzt gegen machen? Rook ist oben kontern. Was soll ich da jetzt machen? Ich guck mal, was die nochmal kaputt ist. Du bist trotzdem Kapkan? Ja. Ich bin auch aus dem Raum kaputt gemacht worden mit der Drohne. Nein, Kapkan ist kaputt. War das der Rookupper? Nee, das war Kapkan. Wo war der denn jetzt? Zwei Leute, zwei Leute waren oben an Fenstern. Daniel, machst du das? Ja. Valkyrie ist hier. Auf welcher Seite denn an den Fenstern? Bei euch oder bei uns? Nee, über der Bäckerei ist ein Fenster. Über der Bäckerei sind zwei Fenster. Kam ihn. Valkyrie ist hier um der Ecke. Es kommt eh noch rausgesprungen, jetzt geht Counter-Strike wieder los. Ja, wenn sie am Verlieren sind, machen sie Counter-Strike. Ich wollt grad die Valkyrie wegknallen, da geht wieder Counter-Strike. Also ich glaub im Raum selbst war keiner, sie sind halt Zugtechnisch. Da-da! Also Zugtechnisch. Oh mein Gott! Alter, der Bug, ey. Ja wie gesagt, Valkyrie ist ein Nebenraumbänder. Ich kann einmal Strik, Kapkan und Rook waren oben. Sie sind alle oben countern. Bandit ist auch kaum drum. Nee Bandit ist schon nicht schuld. Ah, ist instant kaputt gemacht worden. Der ist irgendwo im Raum. Ja, ich kann dir aber leider nicht sagen wo. Der hat zwei Drohnen von mir instant gekillt. Wo er sie gesehen hat. Och man, wieso lässt er sich so Nubi killen? Man sieht doch die scheiß Valkyrie. Wo hat denn der gerade die Drohne gekillt? Vom Zugraum. Kamin. Irgendwo da. Da neben dem Schild ist Rook. Alter, Daniel, mach mal, mach mal 80 Punkte mehr, ey. Oder kill einfach einen. Wie, 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 wie der frisst der Junge, ne? Ich hab keinen Bock so den Müll hochzuladen. Ja, kill ihn, jung. Ah, kill ihn, Daniel. Ich hab ihn einfach kurz erwischt, aber leider nicht gekillt. Mann. Jetzt, jetzt, da kommt wieder von nach vorne. Da ist er. Gleich hast du ihn, Daniel. Da brauche ich's markiert ab. Gleich fickst du ihn nieder. Komm nochmal, zeig dich nochmal. Fotze. Weißt du was? Weißt du was? Du kannst oben reingehen, da... Ne. Oben ist, glaube ich, voller Counter. Ne, aber oben. Geh mal zurück an das eigene Fenster, jung. Oben. Da, da ist so offen. Und dann kannst du von oben reinschießen. Leucht. Kann die jetzt auch einfach alle machen. Pff, na. Dann das schaff's. Du wirst jetzt sehen. Hm. Sprengladung bereit. Komm, zeig dich nochmal, du Fotze. Ich muss den Start auch nicht hochladen. Ah, danke. Wenn's knapp wird, muss ich reinspringen lassen, oder? Zeig dich schon wieder. Du kannst, äh, kannst du es um von oben irgendwie was zu ficken. Weil ich glaub nicht, dass er sich noch zeigt. Und du hast nur noch 40 Sekunden. Oh, er hat sich kurz gezeigt. Geh, geh, geh da rein in den Kamin, glaub ich. Muss das jetzt probieren. Soll ich versuchen mal reinzuspringen? Ich weiß es nicht. Ja. Ah, ich probier's. 30 Sekunden, du hast keine Zeit mehr. Ja. Ah! Instant. Einer ist gehört. Na, guck, er hat 75 Punkte. Oh, ich hab keinen Bock, das hochzuladen, ganz ehrlich. Jung, kill sie beide, please. Es bleiben noch 10 Sekunden. Oh, nein, 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 nein. Ach, Mann, ey. Ich muss wieder nach. Ich hätt doch eh nicht den Part gehabt, du Blutschel. Doch, wenn du zwei gekillt hättest, hast du vier Kills gehabt. Und dann wärst du mit mir gleich und jetzt zwei Punkte. Ich würd sagen, der Anat hinten lebt. Ach gut. Gut, dass ich den Part nicht hab, ey. Der Part ist richtig schlecht, ey. Das darfst du dich keiner anschauen, oder? Warum ist der schlecht? Was ist los mit dir? Der war nicht schlecht. Wir haben 2-9-2-2 gemacht und dann haben wir gegen Wallhacker verloren. Und? Wo ist das Problem? Erstmal hier, ne? Nochmal. Ich meine, der Part ist scheiße, nicht die Runde ist scheiße. Ist ein Unterschied. Wallhack.com Ja, mit den Lutschern sehen wir uns. Ciao. Ciao. Wow.